Horoskop für heute, Skorpion, 28. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die heutigen Transite stärken Ihre Freundschaften und lockeren Verbindungen. Sich Ihren Gefühlen zu öffnen, wird belohnt. Die Leute scheinen Sie zu unterstützen und lassen Sie die Führung übernehmen oder Ihr eigenes Ding machen. Glücksziele, Angelegenheiten und Projekte können Ihnen jetzt Energie geben und Sie fühlen sich gut dabei, dazu zu gehören und etwas beizutragen. Venus, die derzeit Ihren sozialen Sektor durchläuft, harmoniert mit Pallas in Ihrem Zeichen und strebt in Richtung Harmonie mit Uranus, was Ihre Interaktionen stärkt. Feedback ist hilfreich. Ihre Aufrichtigkeit strahlt und Ihr Blickwinkel erweitert sich. Der Transit des Mondes durch Ihren Intimbereich veranlasst Sie, bei Ihren Beobachtungen, Beziehungen oder Projekten etwas tiefer zu graben. Während Sie also von lockeren Verbindungen profitieren können, sehnen Sie sich auch nach mehr Tiefe in Ihren Erfahrungen und werden diese wahrscheinlich auch finden. Im Leben geht es um Höhen und Tiefen, Veränderungen und Wendungen. So wie der Himmel tanzt, tanzen auch wir und unser Leben. Ceres, ein Asteroid, der in den Tiefen des Weltraums rotiert, hat das Sternzeichen Steinbock besucht und ist wieder in direkte Bewegung zurückgekehrt. Dies sorgt dafür, dass neue Themen auftauchen, insbesondere in Bezug auf alles, was Ceres beherrscht, Fülle, Nahrung, Selbstliebe und Selbstvorsorge. Während Ceres durch den Steinbock tanzt, werden Sie Ihre wichtigen Verbindungen und Verpflichtungen neu ausrichten, um Ihre langfristigen Ziele und Ambitionen voranzubringen, anstatt Ihre Zeit zu verschwenden oder Sie erschöpft zurückzulassen. Werfen Sie jetzt und in den kommenden Wochen einen genauen Blick darauf. Frischen Sie Ihre Finanzkenntnisse auf. Etwas Neues könnte Ihr Interesse wecken. Es könnte eine neue Aktie, ein neuer Finanzplan oder etwas anderes sein. Was auch immer es sein mag, machen Sie Ihre Hausaufgaben während des letzten Viertelmondes in Zwillinge. Sie haben eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihre Finanzkenntnisse zu verbessern, wenn es etwas Neues zu lernen gibt. Nutzen Sie dies als Gelegenheit, einen neuen Podcast zum Thema Geld anzuhören oder ein Buch von einem anderen Finanzberater zu lesen. Sie werden nie wissen, was Sie lernen können, bis Sie Ihren Geist für neue Ideen und Perspektiven öffnen. Finden Sie, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn Sie sich selbst besser behandeln? Um besser auf sich selbst aufzupassen, sollten Sie sich genau ansehen, was Sie täglich zu sich nehmen. Es ist wichtig, ungesunde Gewohnheiten loszuwerden, besonders wenn Sie älter werden. Sie knabbern gern, also achten Sie darauf, dass Sie gesunde Dinge zum Knabbern haben und kein Jungfood. Getrocknete Cranberries sind lustig und lecker, ebenso wie Pistazien. Getrocknete Papaya ist auch ein guter Freund, da sie den Proteinabbau unterstützt. Dies wird definitiv ein wichtiger Tag für Ihre Beziehungen. Andere werden heute großen Einfluss auf Sie haben und Sie werden von jemandem oder einer Situation abhängig sein. Aber lassen Sie sich davon nicht erschrecken, denn Sie können dies nutzen, um Ihre Projekte mit anderen Menschen voranzutäuben, enger mit Ihren Partnern zusammenzuarbeiten und Standpunkte und Ideen auszutauschen. Dieser Einfluss anderer auf Sie ist in keiner Weise schädlich für Ihr persönliches Glück, also machen Sie sich keine Sorgen. Kurz nachdem der Mond heute Ihren Beziehungssektor verlässt, wird der Zwergplanet Ceres in Ihrem Kommunikationssektor rückläufig, was seine letzten Tage zu den besten Tagen macht, um vergangene Probleme anzugehen. Da Uranus in nur sieben Tagen rückläufig in Ihrem Beziehungssektor wird und Pluto bald rückläufig in Ihrem Kommunikationssektor zurückkehren wird, wird es eine anhaltende Unterstützung zwischen Kommunikations- und Beziehungsanflüssen geben, um vergangene Probleme zu lösen. Bevor der Mond heute Ihren Beziehungssektor verlässt, wird er seine letzten Stunden nicht nur in einem freundlichen Aspekt zu Venus, dem Planeten der Liebe, verbringen, sondern er kehrt, genau wie der Zwergplanet Ceres, direkt in Ihren Kommunikationssektor zurück. Venus nährt sich einem freundlichen Aspekt zu Uranus in Ihrem Beziehungssektor, der in den nächsten Tagen die Gesetze der Anziehung und Synchronicität zusammenbringt, wodurch die Kommunikationslinien reibungsloser fließen können. Täglicher Planetenüberblick Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, aktiv zu werden. Der letzte Viertelmond im Zwillinge-Stern bringt Ihre geistige Energie zum Leuchten und fordert Sie auf, sinnvolle Gespräche zu führen und Ihre Gedanken selbstbewusst auszudrücken. Dies ist Ihr Moment, um die Kontrolle über Ihre Denkprozesse, Interessen und die Themen, die Sie beschäftigen, zurückzugewinnen. Betrachten Sie diese Mondphase als eine Gelegenheit, das Geistige durcheinander zu beseitigen, indem Sie Ihre Meinung äußern und ein wenig persönliche Hausaufgaben machen. Es ist, als würden Sie den Reset-Knopf in Ihrem Geist rücken, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Haben Sie schon einmal das Bedürfnis verspürt, etwas Wichtiges auszusprechen, aber sich zurückgehalten, weil der Zeitpunkt nicht der richtige war? Nun, jetzt ist es an der Zeit. Dieser Zwillingsmond ermutigt Sie, Ihre Wahrheit auszusprechen und die Gespräche zu führen, die Sie aufgeschoben haben. Vielleicht ist es ein Gespräch mit einem geliebten Menschen, eine Diskussion über die Arbeit oder sogar etwas, das Sie sich selbst schon lange sagen wollten. Was auch immer es ist, vertrauen Sie darauf, dass Sie dabei unterstützt werden, Ihre Meinung zu äußern und gehört zu werden. Bei dieser Energie geht es nicht nur ums Reden, sondern auch ums Zuhören und Beobachten. Wenn Sie Ihre klugen Beobachtungen mit Ihrem natürlichen gesunden Menschenverstand kombinieren, können Sie alle Seiten eines Problems mit Leichtigkeit bewerten. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, die Sie durch Komplikationen führt, ohne dass Sie viel Hilfe von außen benötigen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich die Antworten oft von selbst offenbaren, wenn Sie einen Moment innehalten und nachdenken? Sie haben diese Fähigkeit jetzt schon in sich, also nutzen Sie sie. Dies ist auch eine gute Zeit, um sich auf Ihr allgemeines Wohlbefinden zu konzentrieren. Durch erhöhtes Bewusstsein und Sensibilität sind Sie besser im Einklang mit Ihrem Körper und können schnell auf eventuell auftretende gesundheitliche Probleme reagieren. Achten Sie darauf, was Ihr Körper Ihnen sagt, sei es ein wenig mehr Ruhe, etwas sanfte Bewegung oder nur ein paar Momente der Achtsamkeit. Ihr Körper und Ihr Geist sind eng miteinander verbunden, und wenn Sie sich um das eine kümmern, kommt das dem anderen oft zu Gute. Den Menschen in Ihrer Nähe fällt Ihre ruhige Gelassenheit und Sensibilität bei der Behandlung komplizierter Angelegenheiten auf. Ihr Selbstbewusstsein ist deutlich zu erkennen, und in Kombination mit Ihrer sachlichen Herangehensweise können Sie alle offenen Angelegenheiten mit Anmut und Leichtigkeit regeln. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, insbesondere gegenüber Personen in einflussreichen Positionen. Manchmal reicht ein wenig Selbstvertrauen, um auch andere dazu zu bringen, an Sie zu glauben. Haben Sie schon einmal den Moment erlebt, in dem Sie endlich den Mund aufgemacht haben und plötzlich alles seinen Platz findet? Mit dieser Art von Energie arbeiten wir hier. Fühlen Sie sich großzügig? Vielleicht fühlen Sie sich von Natur aus dazu geneigt, anderen bei Ihren Problemen zu helfen, und wissen Sie was? Sie sind gerade unglaublich gut darin. Ihre Fähigkeit, anderen bei der Bewältigung Ihrer Schwierigkeiten zu helfen, wird geschätzt, aber hier ist eine kleine Erinnerung, lassen Sie Ihre Großzügigkeit nicht als selbstverständlich hinnehmen. Es ist wunderbar, eine helfende Hand zu reichen, aber denken Sie auch an Ihre eigenen Bedürfnisse. Waren Sie schon einmal so beschäftigt damit, anderen zu helfen, dass Sie Ihre eigene To-Do-Liste vernachlässigt haben? Es geht darum, die Balance zu finden, Unterstützung zu geben, ohne Ihr eigenes Wohlbefinden zu opfern. Seien Sie im Umgang mit Ihren Mitmenschen offen für deren Meinungen und Ideen. Manchmal kann Ihnen die Perspektive einer Ihnen nahestehenden Person genau die Einsicht bieten, die Sie brauchen, um voranzukommen. Ihr Gehirn brummt vor Energie und andere bemerken, wie schnell Sie Informationen verarbeiten und Aufgaben erledigen können. Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzuarbeiten und die Vorschläge anderer zu berücksichtigen. Sie könnten genau das sein, was Sie brauchen, um Ihre Projekte schnell und erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie sich jedoch unruhig oder von all dieser geistigen Aktivität überwältigt fühlen, denken Sie daran, eine Pause einzulegen. Eine kleine Auszeit kann Wunder wirken, um Ihren Geist zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ob es ein kurzer Spaziergang im Freien, ein Moment stiller Besinnung oder einfach nur ein paar tiefe Atemzüge sind, finden Sie heraus, was Ihnen hilft, abzuschalten und wieder Gleichgewicht in Ihre geschäftigen Gedanken zu bringen. Wie fühlen Sie sich also mit dieser Zwillingsmontenergie? Gibt es irgendwelche Gespräche, die Sie schon lange führen wollten, oder Aufgaben, die Sie aufgeschoben haben und die Sie nun in Angriff nehmen möchten? Ich würde gerne hören, wie Sie diese Energie nutzen möchten. Und denken Sie daran, dass jetzt Ihre Zeit ist, zu glänzen, egal ob Sie anderen helfen oder sich auf Ihre eigenen Ziele konzentrieren. Teilen Sie Ihre Gedanken, Erfahrungen und alle Tipps, die Ihnen helfen, diese energiegeladenen Momente zu meistern.